Was ist das hier? Alexa, Furz für mich. Mir selbst ist das unangenehm, darum starte ich einen Skill für dich. Hallo und willkommen bei Mega Furz. Soll ich furzen? Ja. Das war einer der Marke schnell und saftig. Ich habe noch einen auf Lager. Willst du ihn hören? Bitte, bitte, ja. Das war einer der Marke ultra fies. Frag mich doch mal nach einem Namen und trat dann den Faden. What the fuck, Alter? Nur Kevin hat einen kleinen Dong-Yong-Kind-Yong-E-Döne von Dabysmum. 1994. Es war Thomas D.